und dann könnt ihr noch pass mal auf ihr könnt noch nix machen geh warte mal kann denn der kohl da kann er es nicht geh das kann er nur in china ein sparing turnier scheiße geh tätig meint das kann er doch einmal heimwerken für kinder ach das habe ich noch nicht gemacht und zwar zwischen zehn und vierzehn uhr ja ist er unterwegs ja wollte das die verlorene brieftasche befrage peter lang kauf mal gleich was ist denn das für einer der jack punch auch schön wo der verhaut auf wird geil pewy geh weg der profi ist am werk haben wir gleich der karl kennt sich aus suche am strand nach hinweisen der ist auch noch ja wo ist denn der mike am strand geht oben und den strand kann ich aufkaufen schön für knapp 35.000 hier habe ich eigentlich irgendwas dabei multi kulti pflanze wo bleibt die suppe ein spannender roman roter herring hier kann ich das technisch verkaufen warum nicht hey wer liegt denn da ja dort sind das rindlich sonnen und das mitten in der nacht ich bin doch madison von watson wow frage drei sims nach dem portemonnaie dort die erste baby bleib mal da und es hängt wieder hier ist der wurm drin geh hier pass auf irgendwas ist passiert scheinbar findet mich die alte net die kundu wie schaut denn aus wirst du es mir nicht verraten bleib mal da kriegst gleich deine brügel so mikol bist du fertig wann habe ich noch acht romat und der mike gebraucht hat noch zwei sims jetzt hofft er er besäuft sich ja warte mal und der karl hat der ist scheinbar befördert worden geisterjäger gespenstermedaille kann ich sehen war das eine beförderung noch nicht ganz oder aber er wird noch jetzt fahr doch heim fahrst du nicht bleib da ich muss noch die Tore befangen und die andere genauso bleibst du mal da hab ich eine frage ja gut ich weiß nichts wo ist die andere und bei gelegenheit sollte man wieder pause machen gell jetzt habe ich zwar nicht lange aufgenommen aber es reicht schon mal um ein paar folgen schneiden zu können jetzt soll ich dich gleich überreden ja der das weiß ich helft nicht da muss er auch nicht nückelchen machen aber wenn da oben gell der ian ja wo ist denn die kler die ist da drin was ist denn das verbrecherkarriere oh und er könnte jedenfalls partner werden geil oh schau das oh oh netter zu kler warum soll netter sein Der hilft ich gleich. Pass auf. Nett sein. Kannst du gerne rum. Hält das. Bayerische Nettigkeiten. Okay, kennen Sie sich aus. Und das heißt, es gibt Peter Langgraf das Portemonnaie zurück. Jawohl. Geht doch. Zwar habe ich meine Finger schmutzig machen müssen, aber ich habe das Portemonnaie. Wo wohnt der? Da drüben. Was träumen eigentlich die anderen da oben, he? Oh, schau hin. Wo er da oben hat. Geil. Eigentlich kann der Querfeld einfahren. Warte gleich da oben. Schau, dieser. Da ist ein Geist. Der Geist ist ein Victor. Victor Grusel oder was? Ne, oder? 500. Und mein Konzerstand schaut wieder besser aus. Fast 42.000. Jetzt aber auch gehe heim. Und dann mache ich Pause. Es spukt. Ich glaube, da muss man wieder keul kommen. Das ist tatsächlich der Gruselhaushalt. Das war der Geist dann Victor Grusel. Der Großvater. Ja, sagst du mal, Buam. Wo ist der Maul durchgekommen? Das hat sie da drin, schön. Seht das. Das geht da drin. Moment. Das ist möglich. Nicht möglich. Warum nicht? Jetzt hat. Wer ist das da? Geh, Kuppel. Hau fahre ab. So wirst du erschossen. Aber an der Stelle mache ich jetzt Pause. Pass auf. Wo ist das drin, Molle? Der Maul gepennt. Was ist das? Die Jenny. Treibt nicht da drum. Das ist das falsche Bett. Aber gut. Legt sich ja dazu. Nicht, oder? Verschwinde. Aber wie gesagt, an der Stelle machen wir jetzt Pause. Und beim nächsten Mal geht es dann genau da weiter. Bis dann und Servus. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020